hey herzlich willkommen zu meinem pve heiler klassenguide für den templar in diesem video werde ich alles erklären was ihr braucht um den templar heiler für verließe arenen und prüfungen effektiv zu bauen und zu spielen templar heiler hat das pve endgame jahrelang absolut dominiert tut sich aber inzwischen teils schwer mit der schieren stärke von hüter und nekromant mitzuhalten dennoch ist templar eine der wenn nicht sogar die meistgespielte heiler klasse weil sie simpel vielseitig und zuverlässig ist ich spiele seit sieben jahren primär templar und denke es ist sowohl eine gute klasse für einsteiger aber auch als langfristiger main für jeden der primär heiler spielen möchte ich werde die performance in spezifischen aktivitäten und gruppenkompositionen am ende nochmal im detail erklären aber kurz gesagt ist der templar in allen aktivitäten problemlos spielbar und sollte euch keine probleme bei der gruppensuche verursachen im ersten teil werde ich jetzt alle fähigkeiten und passiven der klasse mit euch durchsprechen und danach reden wir über alles weitere was zu einem vollständigen bild gehört wiederherstellen des licht ist der heilungsbaum des templars in den passiven wird die heilung durch skills aus diesem an zielen mit niedrigen leben um bis zu zwölf prozent erhöht und ebenfalls die heilung im allgemeinen um acht prozent in der form von kleinerer pflege wenn wir in einer fähigkeit der skill linie stehen außerdem bekommen wir zwei ultimate wenn wir ein ziel unter 50 prozent leben heilen und beleben 20 prozent schneller und mit vollen ressourcen wieder hastige zeremonie ist die single target burst heilung des templars das ganze ist sehr kostenineffizient und hat auch keine weitere funktion weshalb wir solche fähigkeiten allgemein vermeiden wollen trotzdem kann es als notfall heilung gerade für unerfahrene heiler sinn machen sollte aber niemals als primäre heilungsquelle verwendet werden beide morphs sind spielbar aber hauch des lebens macht im pve meistens doch mehr sinn heilendes ritual ist ganz einfach die aoe variante von hastiger zeremonie und hat damit auch die gleichen probleme verwenden sollte man es wirklich nur in extremen situationen allgemein wollen wir stattdessen mit kampfgebet spielen was deutlich günstiger ist und außerdem einen wichtigen buff gibt man kann beide morph spielen aber ritual der wiedergeburt macht meistens mehr sinn dass die eigentliche funktion noch mal stärker macht wiederherstellende aura funktioniert vollkommen unterschiedlich je nach morf strahlende aura ist eine quelle für kleineren magikerraub einen wichtigen debuff für magikergruppen allerdings wird magikerraub fast nie auf mehreren zielen benötigt und hat mehrere andere und bessere quellen mit elementarem entzug geistabsaugung und dem status effekt von magie schaden buse der andere morph stellt aus leichtem ausdauer wieder her und heilt als heilung macht es eigentlich wenig sinn aber die ausdauer kann teilweise ganz nützlich sein und die regenerations buffs sind auch nicht verkehrt kommen aber oft bereits aus anderen quellen reinigendes licht ist eine der kernfähigkeiten für ein templar heiler wir verwenden den morph verlängertes ritual in kombination mit weiterer aoe heilung über zeit als primäre heilungsquelle in schadensorientierten bild kann man auch ritual der vergeltung verwenden beide morphs geben außerdem eine reinigungs energie und sind ideal um die kleinere pflege aus dem passiven aktiv zu halten ruhenfokus gibt ressourcen resistenzen und heilung und ist damit wirklich sehr effizient da wir als heiler normalerweise magiker basiert spielen wollen wir den morph konzentrierter fokus ritus des übergangs sollte allgemein gar nicht gespielt werden heilungs basierte ultimates sind allgemein im pvc einfach nicht sinnvoll und ritus des übergangs ist außerdem noch ziemlich schlecht wir können auch mit den normalen skills bereits mehr heilen als die meisten spiele überhaupt leben haben also warum sollten wir dafür eine ultimate verwenden wenn wir wirklich eine defensive ulti brauchen sind barriere und nova einfach deutlich sinnvoller zorn der morgenröte ist eine der beiden offensiven skill linien des templars enthält aber auch heilung und support fähigkeiten des zorns der morgenröte werden durch die passiven verlängert und geben unserer gruppe 20 sekunden kleinere zauberei also zehn prozent mehr magie schaden und uns außerdem alle sechs sekunden drei ultimate kleinere zauberei ist wichtig für magiker dds und diese passive ist die einzig relevante quelle was den templar für magiker gruppen sehr wichtig macht außerdem reduzieren die passiven unsere gesamten fähigkeitskosten um fünf prozent was auch ultis einschließt und damit wirklich stark ist sonnenfeuer ist als single target dort mit flammenschaden interessant für die sets senswiedergutmachung und den kratis behemoth dafür verhindert man normalerweise den mauerfluch des vampirs sonneneruption speziell solare ausbruch kann in schadensorientierten bilds gut verwendet werden da es wirklich stark ist zumindest solange kein nekromant uns bemächtigen gibt rückwirkung ist die wohl interessanteste zorn der morgenröte fähigkeit für heiler macht des lichts verwenden wir wenn die gruppe keinen kleineren bruch hat ansonsten können wir reinigendes licht spielen für schaden und heilung wir brauchen immer einen zorn der morgenröte skill und rückwirkung passt außerdem perfekt auf die sechs sekunden unserer prisma passiven eclips überspringe ich weil es für pvi heiler einfach überhaupt keinen nutzen hat strahlende zerstörung ist extrem stark und kann in sehr stark schadensorientierten bild verwendet werden dafür will man dann den morph strahlende unterdrückung nova ist eine starke defensive ultimate obwohl sie im pve wenig verwendet wird kann sie situativ sehr stark sein wenn man wirklich hohe schadensreduktion braucht dafür verwenden wir dann meistens solares gefängnis da die synergie im aoe wirklich einiges an schaden macht erdrischer speer ist die zweite offensive skill linie und macht auch im grunde nicht wesentlich mehr die passiven erhöhen unseren waffen und magie schaden um sechs prozent und die resistenzen um 1320 außerdem bekommen wir zehn prozent kritischen schaden und schaden gegen block wenn wir eine fähigkeit des baums ausgerüstet haben erdrische schwer fähigkeiten geben uns außerdem kleineren schutz und machen zusätzlich schaden über brennendes licht durchschlagende hiebe für magiker builds durchschlagender schwung ist eine sehr starke und vielseitige direkte schadensfähigkeit schadensorientierte builds die eine spammable spielen können sollten wenn möglich immer diese verwenden durchdringender wurf ist ein hcc skill funktioniert deshalb im pve nur gegen kleinere gegner da alles andere sowieso cc immun ist und bringt damit im grunde gar nichts fokussierte ansturm ist ganz einfach ein gap closer und findet damit in einigen speziellen taktiken anwendung beispielsweise kiten bei oaxil zu in felsheim der morph ist dabei aber nicht relevant sperrscherben kombiniert guten schaden mit ressourcensupport die fähigkeit ist allgemein sehr gut um übrige leistenplätze zu füllen man kann argumentieren dass dabei leuchtende scherben besser ist da es den tanks mehr ressourcen geben kann ich empfehle aber allgemein lodernder sperr für mehr schaden die synergie kommt so oder so primär von der nekrotischen kugel und lodernder sperr spammen ist außerdem sehr stark im aoe sonnenschild hat im pve im grunde eine verwendung und das ist die ältrischen sperr passiven nicht zu verlieren wenn man ein schild brauchen sollte an sich ist der schild aber relativ schwach als morph sollte man dabei dann strahlender schutz verwenden rundum schlag speziell sicher schwung ist an sich eine recht starke schadensulti das interessante für heiler wären an sich die geringen kosten das bringt aber inzwischen eigentlich nichts mehr da alle sets die durch ultimates aktiviert werden aktuell sowieso mit den kosten skalieren ok im zweiten teil des videos werde ich euch jetzt einen überblick über die bilderstellung für den templar geben ich werde euch hier keinen genauen bild zeigen da das für pve heiler kaum sinn macht bild sind von der situation und gruppe abhängig und bild eigenständig zusammenstellen und anpassen ist für heiler dementsprechend essentiell das hier ist beispielsweise mein favorisierter bild für dungeons ein offhealer mit starken fokus auf eigenen schaden und offensiven support mit minimaler heilung link ist übrigens in der beschreibung ich würde diesen bild aber nie in rage spielen weil es einfach überhaupt nicht effektiv wäre also als erstes erkläre ich euch wie ich meine leisten für einen recht generischen bild zusammenstelle ich beginne mit der börsteilung und dafür verwende ich kampfgebet und meistens auch nur kampfgebet aber wie ja bereits gesagt kann man zur sicherheit auch einen zweiten börsteil spielen dafür will man dann eben entweder hauch des lebens oder ritual der wiedergeburt haben und wenn man einen heilungs debuff content muss manchmal auch standhafter schutz als nächstes organisiere ich meine heilung über zeit die primäre quelle meiner eigentlichen heilung dazu verwende ich eigentlich immer verlängertes ritual und energetische kugel außer ich brauche den anderen mor für ein offensiven bild für prüfungen spiele ich zusätzlich fast immer erhabene heilung für dungeons ersetze ich auch gerne einen oder mehrere hots durch strahlende regeneration wobei strahlende regeneration auch für raids mit viel bewegung gut funktioniert auch fast immer habe ich die elementare wand dabei normalerweise die instabile wand für den zusätzlichen schaden damit kann ich ganz einfach die verzauberung meiner backbar oben halten und je nach element der waffe kann ich damit auch verschiedene status effekte und set boni auslösen der rest meiner leisten hängt dann eigentlich komplett von der gruppe ab ich schaue ob ich kleineren lebens bzw magiker raub oder kleineren bruch brauche und nehme dann elementaren entzug geist absaugung blutbrunnen oder machtes lichts mit ich schaue auch ob ich irgendeinen speziellen skill wie spot oder speed buff für eine mechanik brauche oder fähigkeiten für gewisse sets wie sens oder kampfkunst auf den verbleibenden plätzen spiele ich dann meistens reinigendes licht wenn ich nicht bereits eine andere fähigkeit des zorns der morgenröte habe konzentrierten fokus nehme ich auch sehr gerne mit wenn ich den platz dafür habe weil es einfach immer angenehm ist und ansonsten nehme ich einfach noch schaden mit wobei sperrscherben meistens meine erste wahl sind als ultimate spiele ich dann eigentlich immer barriere auf der frontbar für die passiven und als defensive ulti für den notfall und als primäre ulti habe ich das aggressive signal auf der backbar in dungeons verwende ich aber auch gerne mal schadensultis wenn der tank kriegshorn spielt weil sich zwei bei den kurzen kämpfen einfach oft nicht lohnen dann ordentlich noch alles so dass es angenehm zu spielen ist und die passiven möglichst gut verteilt sind und das war's auch schon als passive brauchen wir zusätzlich zu den drei klassen linien die waffen und rüstung die wir verwenden also normalerweise heilstab zerstörungsstab und leichte rüstung ebenfalls wichtig sind die unerschrockenen und eventuell auch die krieger und magier gilde wenn wir eben etwas aus diesen skill linien verwenden wollen aus dem allianzkrieg brauchen wir magiker hilfe für die zusätzliche regeneration wenn wir barriere oder läuterung verwenden und von den berufen brauchen wir unbedingt heilerkenntnis aus der alchemie und gourmet und connoisseur sind meines achtes auch nie verkehrt natürlich wollen wir auch noch die volks passiven und wo wir schon von den völkern sprechen ich empfehle vor allem bretonne wegen des großartigen magiker managements aber altmeer dunmeer und kajit sind auf jeden fall auch empfehlenswert gerade wenn man auch mal ab und an dd spielen möchte agonia ist auch nicht direkt schlecht aber ich kann es einfach nicht empfehlen da breton im grunde das gleiche macht nur bedeutend besser nun zu den sets für verließe und arenen wollen wir im grunde immer die beiden stärksten verfügbaren offensiven support sets tragen für den templar läuft das auf die kombination magiekraftteilung und meister architekt beziehungsweise tosend opportunist ihn aus alternativ ist magiekraftteilung mit kraftvollem ansturm meines achtens die zweitstärkste option für die verbleibenden plätze sind die schulterbänder des untergangs aktuell das mit abstand stärkste alternativen dazu sind sinfonie der kling perlen von elnovey und wenn die gruppe viel flammenschaden macht in gratis behemoth als waffen können wir den meister oder wattestrand stab spielen für ressourcen support ich muss aber sagen dass einfach ein mahlstrom zerstörungsstab für mehr schaden meines achtens in vier spieler gruppen oft mehr sinn macht für prüfungen ist das ganze deutlich komplexer mit mehr spielern skaliert support einfach sehr viel besser und wir haben auch mehr setplätze zur verfügung wodurch es wichtig wird diese sinnvoll zu koordinieren aktuell sehen wir bei heilern dass meistens einer tosend opportunist mit jowels führung trägt und der andere magiekraftteilung oder olorime mit entweder eid des steinsprechers wenn ressourcensupport gebraucht wird ansonsten kampfkunst senswiedergutmachung elementarer katalysator kraftvoller ansturm oder sark slayer champion templar kann opportunist jowels problemlos tragen allerdings profitieren andere klassen mehr davon weshalb wir idealerweise eher die zweite option spielen sollten dabei funktioniert kampfkunst und senswiedergutmachung als templar besonders gut elementarer katalysator ist etwas problematisch da der templar im aoe nicht alle drei elemente einfach aufrechterhalten kann als monster sets und mythics sind schulterbänder des untergangs sinfonie der kling enkratese behemoth und perlen von elnovey die vier starken optionen als fähigkeitsverändernde waffen verwendet man meistens auf beiden heilern den meisterheilstab wenn man probleme mit heilungs debuffs hat kann man aber auch den schwarzerosen heilstab spielen als nächstes zu den trades und verzauberungen auf der rüstung funktioniert alles göttlich mit magiker am besten ihr könnt aber auf den großen teilen auch erfüllt prismatisch tragen für mehr ausdauer was auf dem templar ganz angenehm sein kann wenn ihr ein bild der viel ausdauermanagement braucht spielt auf dem schmuck könnt ihr erfüllt verwenden was normalerweise etwas stärker ist aber ihr könnt es auch ganz ehrlich einfach auf akk anlassen als verzauberung solltet ihr meistens mit drei mal magie schaden gut klar kommen ihr könnt aber wenn wirklich nötig auch magiker regeneration verwenden allgemein wollen wir so in etwa 1500 regeneration haben da der templar ein ziemlich gutes magiker management aus anderen quellen hat als frontbar waffe wollen wir den heilstab normalerweise entweder gestärkt für reine heilung oder präzise für heilung und schaden entschlossen für mehr ultigen kann aber auch gut funktionieren genau wie geladen wenn wir einen status effekt aufrechterhalten müssen auf der backbar dem zerstörungsstab wollen wir eigentlich immer erfüllt wobei man auch mit geladen spielen kann allgemein empfehlen würde ich das aber nicht das element des stabs ist für prüfungen aktuell sehr oft egal wichtig wird es nur dann wenn wir eben einen gewissen status effekt brauchen für dungeons würde ich allgemein mit blitzstab spielen für die kleinere verwundbarkeit als verzauberung können wir zerschmettern oder schwächung für support spielen wenn wir das brauchen sollten einen gewissen schadenstyp oder einfach berserker dabei wollen wir immer die wichtigere verzauberung auf der backbar haben und niemals zweimal die gleiche um meine charakterwerte dann fein abzustimmen verwende ich die attributs punkte und buff food als food nehme ich dazu entweder magiker und leben oder magiker magiker regeneration und leben basierend darauf wie viel ressourcen mir mein bild und der rest der gruppe bereits bringen als konsequenz daraus habe ich dann etwas mehr oder etwas weniger leben was ich mit den attributs punkten ausgleiche ich versuche dabei immer möglichst 64 in magiker zu stecken templar hat zwar keinen lebensbonus ist aber trotzdem sehr überlebensfähig daher funktioniert das meistens auch sehr gut aber wenn ich weiß dass es etwas schwieriger wird weil ich in neuem content unterwegs bin oder mit einer unerfahrenen gruppe baue ich auch gern mal etwas mehr leben dabei gehe ich dann so in etwa von 22k self buff auf 25k hoch als mundus stein ist ritual für reine heilung am besten und die wenn wir auch schaden machen wollen wertprioritäten sind ja normalerweise stark bildabhängig aber für heiler kann man das schon so pauschal sagen dadurch die support sets die relativ wenig charakterwerte geben die variationen auch sehr gering sind tränke sind an sich überhaupt nicht klassenabhängig aber der vollständigkeit halber erwähne ich jetzt trotzdem mal für schwere aktivitäten sollten wir sens der magie kraft verwenden für einfache ist der sens der magiker auch vollkommen okay wenn man zu viel gold hat kann man auch heldentum tränke verwenden weiter geht es mit den champion punkten die grünen cp sind größtenteils irrelevant das einzige was ich absolut empfehle ist segen des rosses damit können wir besser zwischen kämpfen mit der gruppe mithalten und sparen uns ausdauer dass es gerade als templar einfacher gestaltet macht des lichts und sets die unseren ausdauerhaushalt beeinträchtigen aufrecht zu erhalten weiter mit den blauen cp für reine heilungsbilds verwende ich meistens zwei support und zwei heilungsknoten für die heilung ist das dann fast immer geschwindende erneuerung und sanfter strom da aoe heilung über zeit den großteil der heilung ausmacht als support gibt es dann belebender überfluss und hoffnungsinfusion wenn eines davon nicht gebraucht wird verwende ich meistens fokussierte pflege oder einfach einen schadensknoten wenn builds eine relevante schadenskomponente haben gehe ich meistens auch direkt auf schaden normalerweise mit hinterhalt und einer kombination aus tödliches zielen waffenmeister taumaturk beißende aura und kampf finesse je nachdem wo mein schaden nebenher kommt templar hat meistens primär aoe schaden und je nachdem ob wir mit spammable spielen oder nicht daneben direkten schaden oder schaden über zeit in den roten cp spiele ich eigentlich immer mit schnelligkeit meiner meinung nach ist bewegungs geschwindigkeit die beste defensive abgesehen davon verwende ich oft geistmeisterschaft templar ist die beste klasse zum wiederbeleben und die geschwindigkeit weiter zu steigern macht daher auch sinn ein weiterer knoten den ihr meistens eigentlich nicht brauchen werdet aber trotzdem kennen sollte für den fall ist schild meister denn dieser senkt auch die kosten von barriere auslaugende zauber ist sehr gut für das magiker management gerade als offiel an dungeons geschicktes ausweichen und entgleiten sind sehr angenehm fürs ausdauermanagement und wenn wir wirklich nichts spezielles brauchen sind grenzenlose vitalität verstärkt und verjüngung eigentlich auch immer gut gut das war's zum thema cp und damit auch pils im allgemeinen wie im intro bereits angekündigt sprechen wir nur noch über die performance des templars in spezifischen aktivitäten und gruppen komposition technisch gesehen kann jede klasse jede aktivität in eso heilen das hat also nicht viel aussagekraft worauf es wirklich ankommt ist wie viel eine klasse dabei zur gruppenstärke beiträgt denn die gesamtstärke der gruppe ist ja letztendlich das worauf es ankommt templar schneidet dabei in allen aktivitäten bis hin zu trifecta erfolgen und leaderboard runs sehr gut ab die einfachheit der klasse macht templar großartig für kämpfe mit viel bewegung und komplexen mechaniken aber genauso für komplexe sets und klassenunabhängigen support templar ist auch die wohl beste klasse um schaden in heiler builds zu integrieren da er einfach aus sehr wenigen skills sehr viel rausholen kann sowohl was heilung als auch schaden angeht wenn es um gruppen kompositionen geht hat der templar heiler einen großen nachteil und zwar ist nichts von dem was die klasse bietet vom heiler abhängig wenn also eine gruppe einen templar dd hat ist der wichtigste support des templar heilers vollkommen redundant das bedeutet nicht dass man nicht mehr als ein templar haben kann aber dann kommt es eben auf andere aspekte an außerdem ist der templar zwar essentiell für magiker gruppen wegen der kleineren sauberei bietet dafür was damina gruppen im grund überhaupt keinen einzigartigen support das mag sehr schwach klingen aber andere klassen haben ähnliche probleme und templar ist damit immer noch in einer sehr guten position gerade weil templar weniger vom klassenexklusiven support abhängig ist damit ist templar immer dann gut wenn keine spezifische klasse gebraucht wird und damit wären wir dann auch am ende dieses videos wenn euch etwas in diesem video zu fortgeschritten war empfehle ich euch meinen einsteiger heiler guide der link ist in der beschreibung darin erkläre ich sämtliche grundlagen ebenfalls verlinkt sind die erwähnten sets entweder das video wenn ich dazu eins habe oder die eso hub seite ansonsten fragt mich auch gerne alles weitere in den kommentaren und damit hoffe ich das video hat euch gefallen und vor allem geholfen